Phase 3 – Nachbereitung Vorabmaster aus finaler Montage brennen und durchhören bzw. an Kunden schicken. Falls Fehler festgestellt werden, zur ersten 32-Bit-Montage zurückkehren. Sofern notwendig, Reklamationen und Änderungen in erster Montage vornehmen. Erneut finale 16-Bit-Montage erzeugen. Disk-Advanced-Master in zweifacher Ausführung bei vierfacher Geschwindigkeit brennen. Technische CDR-Prüfung falls möglich. Akustische Endkontrolle. Protokoll fürs Presswerk drucken. Haftungsausschluss gegenüber Ihrem Kunden.